ja der leute nachher kommen jetzt eine Art und auch mal mit BVZ zusammen Markus bei L wir spielen der Ründler TACO Bandit weil die aktuelle Community Challenges TACO Träger zu töten damals gedacht ja mach mal doch gleich mal mit und jagen so ein bisschen ich bin tot yo ich wurde erstmal angetackelt von einem Oister richtig fairer Fight und dann töte ich ihn auch noch obwohl ich nur 25 HP hatte habe ich einen Oister gekillt und der TACO wurde gestohlen ja hallo was denn jetzt los nicht mehr ja mein Doom Shroom ich setze den TACO zurück ich fresse ihn quasi so hört sich zumindest an ich habe ihn zurück gesetzt Bitches ah darum ist es einfach fuck Markus Achtung hier oben ist ein Tannen Überraschungstv im Pferd yo hast du richtig geil ich war ja wenn jetzt einmal war deine Rocket da sagt er so yo habe ich war ja auf einmal mit einer Rakete im Gesicht ja der ist da links ja wieder ein weg da oben ist im G muss mal gesaved werden Achtung Doktor Chester Chester in der Haus ich down Chester down ich bin tot der auch Dote gefressen ja sag ich ja der auch umgebungsstand gegen decken auch zentrieren er ist gut oder tako der tako der hat sich verbreitet der wixer hättet den tako ich bin tot und der andere wurde weggetackelt ich glaube den tako kriegst du durch ja aber das sind noch viele soms tako gestohlen ja den haben sie da renne ich nicht mehr vor ich bin tot er davon brauchen wir drei Millionen drei Millionen tako Träger Kills am Mann sind er ist er hier habe ich muss einen ab dem vermittelt ab 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 links hinten ab 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 Bezirk spider und schule ihr habt es gab es nur da 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 zentrieren aber gut gegeben hat er ohne dann äußer von hinten äußer von hinten nein nein nicht in turist archäologe von hinten das ist und kürt das ist richtig und kürz und ich auch fast o entschädt böse und goldnüssen geht es ist keinem geht das sind sie alle ja denn sie schenker 1 ab und wissenschaftler und ich immer noch und ich denke ich habe es kann davon kommt von der einen enden wenn man dauernd so gut wie ich hab gerade den tako geholfen ey wir sind gut wir sind gut ah der macht noch einen extra teilen ich habe ihn Achtung NG Nantschatzformer ich setze den tako zurück heimig auch von hinten Sieg ich bin auf 1 gedrückt ich war alle da stehen ich bin auch immer rum ich habe eine schöne erste Runde würde ich eigentlich sagen zwei takos gesagt was wir haben auch einen tako ok gemacht oder zwei ne 3 sogar einmal hat ja mein Domschuhm auch eingespringt meisterheilung und killstreak und meisterkiller ja ne das mache ich jetzt nicht ich würde sagen ich mache einen kurzen cut und wir sehen uns gleich in der rückrunde so leute zurück in der rückrunde aus ein zombie auf auf gehts tako let's go tako mannack komm schon drich ein drich ein ach mit der Dingskanone hier kann man gar keine Laternen zerschießen das ist scheiße warum kann man zerschießen aber die Dinger hier wieder nicht das ist schon eine komische Logik aber ok ok ist ok ich würde sagen wir pushen uns mal unter tako schnappi 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 wo ist der schnapper hin ok der schnapper ist da hinten und ich kann mich nicht bewegen und ich bin tot schnapperpilz geil ja direkt von einem angsthasenpilz weg gesnipht nein so wie viel flackenträger habe ich in 58 gut wir bringen flackenträger ins spiel bisschen geschwindigkeit schade mit sicherheit nicht hier ein bisschen abdance zumal ich muss ein paar dances hinlegen und jetzt dance wir mal hier ein bisschen dann gehen wir gleich mal marcus unterstützen dann mit dem tako bleibt mal liegen der andere war schneller so ich glaube den punkt machen wir bin ich mir fast sicher bei ja warte warte oh noch zwei mehr aber habe ich nicht gewonnen so kochkäse es gibt die absen naja wo monst der taco diesmal wird es was ich hab's im gespür tacho zurückgeholt it's time to band hier voller Unterstützung mit der Drohne ja du hast den bekommen eigentlich wollte ich weg weg gehen und dann ihnen hinter mich werfen aber der war blöderweise genauso schnell wie ich aber wir haben sie tako jetzt müssen tako decken all to the tako tako down tako geklaut und rund um gett hat auch tako down eine getzer tako ein ganzer du hast den tako ich hab den tako ich hab den tako mit von den Haaren der zwei gegner weggeholt das er tako ein bisschen mitgenommen als die Leute dort der mich ist weißt du verlieh ich den scheiß jetzt haben sind alle gleich gesehen so ein schlecht weil ich alleine war das war jetzt nicht so geschickt ich mache uns eine flacken zombie army dann können wir uns schneller bewegen tako gestohlen tako gestohlen tako gestohlen tako gestohlen ich bin festgeschleimt ich bin gepresst der nächste hin und holen klaut der tako und bewegt euch komm schon den tako kriegen wir durch der ist zwar gut verteidigt aber wir sind besser minen minen das gemetzel oh ich hab den tak los ich muss den wiederbeleben wir brauchen Leute und ich bin festgeschleimt ja jetzt bin ich weg jetzt hab ich gehört ja da hätten sie mich auch festgeschleimt einfach nehmen und immer weiter laufen wir sind genug Leute ich schaue dadurch dass die jetzt wiederbelebt haben sind wir wieder Leute und können den dauerhaft wieder aufheben du hast ihn glaube ich ja aber wenn zu viel Schnapper auf den Gammeln dann wird es nichts ich schaff's ich schaff's ja tako manako das war jetzt schon ein bisschen krass grad sonst haben wir nur eine Minute für den nächsten und das ist ja gleich noch krasser alter ist das hart ah jetzt haben sie eine gute verteidigung drohnenangriff wenn man 20 sekunden bis wir den tako haben müssen dann haben wir verloren wenn wir bis dahin nicht haben wir brauchen diesen tako yes und jetzt müssen wir ihn mit den over time rüber kriegen Achtung dumm schwumm dumm schwumm boah mein gott wo ist der tako da vorne ich weiß nicht wir haben den tako ich habe ihn ich habe ihn ok ich muss eben nein ich wollte gerade den bonus da habe ich von hinten weg gesniped ohne sind alle in die bohne nein das ist noch meistens statt tako fein gelassen kannst du klaut ihn ist da noch jemand geht die doch ja wir haben ihn kannst du mal kassel alter ist das spannend grad lauf nein wir haben ihn wieder wir sind wieder alle tot ich habe ihn wieder lauf junge ich glaube doch und ich habe sogar was gesporen damit ich schneller laufen kann lauf jetzt bin ich tot fucking nicht warum bist du nicht bei mir geblieben ich bin ich bin rückwärts gelaufen und abgeschossen ja aber du bist nicht bei mir geblieben so bist du anders hingerannt ach so du hast das ding ok gut die so läuft's so macht tako bandit Spaß so muss das die und zum guten Abschnitt gibt es diesmal ein Glitzerabhäckchen. Und bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus und Ciao. Ciao.